Hallo liebe Selfies, Silvester kommt, Bleigießen ist böse, giftige Dämpfe, ein Omen brauchen wir trotzdem, also flüssiges heißes Wachs, gerade aufgewärmt und jetzt werden wir Wachs gießen. Ich sehe in meiner Glaskugel einen Seestern. Bravo, Sie werden eine Reise machen. Wenn das Omen nicht gut genug war, machen wir es noch einmal. Ah, das ist eindeutig ein Innenohr. Sie werden viele gute Nachrichten bekommen im nächsten Jahr. Je länger diese Fäden, umso mehr Glück wird es geben. Das Wachs ist noch heiß, wir gießen es auf Eis. Es schaut ein bisschen nach einem Krater aus. Es nähert sich einem Beuteltier. Tanzende Schwäne, ganz eindeutig. Das ist ein Zeichen für Fruchtigkeit. Einen haben wir noch. Das ist sehr eindeutig ein Hahnenkamm. Kopf, Auge, Kamm, Schnabel. Das heißt, für alle Sportlerinnen und Sportler, Sie gewinnen das Hahnenkamm-Rennen. Ich wünsche Ihnen jedenfalls viel Glück im neuen Jahr und viel Freude beim Wachsgießen. Zu dem man ein kleines bisschen Fantasie braucht. Das haben wir ja alle. Prostet Neujahr.